und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von gta 5 ich bin euer wuppi elfi und hier ist wieder eine offizielle welt ja und da gibt es auch einen der ich ja gesagt habe der repul ist hier repul 22 den machen wir jetzt eine spaßige spielrunde wir spielen aber es macht spaß es macht spaß sag ich mal weiter ja war ja gehört immer der nuke lp ist ja auch wieder da er macht manchmal keine videos also nicht wundern manchmal hat er auch keine zeit ja nicht das im leben ne so läuft er so läuft der hase so er läuft er läuft er läuft er läuft er läuft über eine straße oh brems mal ab ja brems mal ab läuft über eine straße so wo ist der repul denn wo ist er denn hat er keine hitze dann nein june wo ist er ist er zu hause guck mal wo er ist er ist zuhause aber du musst du mir denn man du bist ja man du bist ja man Ja, meine Dumplin, das ist was zum Freuen. Sieht nicht wie Ego aus, aber ich hörte mir eben ein Ego-Meter. Wenn hier die Leute sehr gechillt sind, also manche Leute mag ich nicht, die mich umbringen und ich labere so. Also Leute, ich war schon für den Ego selber. Oh, in diese Kurven. Okay. So, jetzt muss ich anfangen, wenn wir weiter an. So geht der Hase. So läuft der Hase, ne? Ja, meine Leute. Hallo. Hallo. Ja, endlich, ich bin ja auch noch mal da. Ja, ist ja gut. Ich muss ja gerade zu meiner Mutter den Geschirrspieler ausfallen. Oh. Freiwillig. Wow. Ja. Steht da, dass ich online bin, Kevin meint. Also, Kevin hat gerade geschrieben. Ja. Ja. Ich soll GTA kommen, aber du bist noch nicht einmal online. Hä. Tja. Pfl? Gut. Gesundheit, nicht. Ja so ist das in dem Leben, also. Was machen wir heute? Weiß ich nicht Weißt du nicht Also, ich hab jetzt hier Ein Part Dass wir hier irgendwas machen Na dann Der Kevin nicht kommt Oh, da fährt er seinen Flitzer an Mit Helm Da macht er seinen Style Und fährt weg Ja, das ist sehr interessant was der da macht Also, Leute Ich zeig dir erstmal mein Auto Sein Auto Also, Leute Liked das einfach mal Oder schreibt es mal in die Kommentare Wie das Auto gefällt Ist das cool oder nicht Ja Ja, dann Dann liked es einfach Also, Leute Oh, da ist ein Motorrad Hoppala Hoppala Hast du das gleich wie ich? Verdammt Du hast ja das gleich wie ich? Hattest du? Hattest du? Hattest du? Hattest du? Guck mal Was machen wir jetzt? Voll schön springen Ja? Ja, oder hast du keine Lust? Prozent Prozent was soll den Verloren ja das ist die ich nicht Prozent oder das war auch der 0 ja springen wir hier voll schön springen ich hol jetzt mir mal den Helikopter wenn der Kevin nicht will dann ja 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 mit Motorräder ja ach zu scheiße Musik er wird du bist ein Karte Bob ich will dann mein Karte Bob du hast keinen eigenen ich habe keinen eigenen oder schlecht ich habe keinen eigenen so ich dachte du hast einen ja 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 ich guck mal im Krankenhaus guck mal beim Krankenhaus guck mal beim Krankenhaus ja mach das weil ich habe ja eigenes ja das ist gut gut ja ich rufe dich dann zurück ne ja ja er hat schnauze 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 guck dir zurück vielleicht die 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 oder weit aber der der nur zu dreht auch cool aus dem Haus kommt ja Leute das ist nicht witzig wenn ihr lacht einfach mal Pause dringen und dann lachen nein ich suche jetzt meinen Karoboff und eigentlich soll der jetzt kommen aber irgendwie wird das nie angefangen aber ich hab da nie angefangen drei Landeplätze allen Einzelnen der Helikopter steht da jo boah du sollst mal gucken ne hä? so schön na jetzt aber nicht ja ja jetzt aber nicht ja ja ne den Titel kann ich nicht holen so ah jetzt ist der Karoboff da hinten jetzt ist er ja hinten jetzt ist er ja hinten ja kommt jetzt Kevin jetzt da raus oder jawohl hier steht einer ja ich hab auch einen Karoboff gerade beim Krankenhaus wo ich gerade war wo ich hab da nie anrufen na scheiße jetzt hab ich da nie anrufen ja na egal ja hier ja ich glaube Kevin ist nicht mehr da drin jetzt können wir da nicht mehr drin das braucht jetzt wieder in der Lobby der steht da da ah 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 ja die Bullen sind gerade hier und ich hab mein Traum gebrochen mal seit so ja shit man 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 äh ja ja dreh dich noch mal im Kreis rum ja bis sie wieder da Kevin oder er bin ich dann nicht ja da sprühen wir auf den Dach und hol den Karbo Karo kostet auch viel so dann steigen wir mal in den Karo ein ich will jetzt nicht hoffen dass der mir eine äh ne Bazooka anhält und dann mein Fahrzeug kaputt macht das finde ich nicht cool dann meiner ist aufgankt und ja die rennen alle weg cool so hast du es? dann machen wir ja richtig einen geilen Special oder? ja ok wenn es draußen ok viele sind draußen ok sind viele verlassen oder was? ne ich weiß nicht kann sein dass auch ein Haus kommt ja in der Lobby wird da noch angesprochen ja der ist draußen ja der ist draußen er ist strauschen mein Motorrad steht unter dem Nahten ja von mir auf von mir auf du 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 da ist da ist da ist da ist web 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 na ich kann keine Feuerwehr ich muss fliegen da ist noch ein Schild war das ist komisch ein Tiani oder wie der heißt Tiani ein komischer Name als online Spieler ich hoffe nicht dass der Meer irgendwie der Besucher oder so eine Lenkranate ja ja er zielt auf mich ich glaube ich bin lass mich doch in Ruhe ich hab ich will hier ich will hier mit dem Land wir wollen hier ein bisschen spielen nicht mit dir aber war wenn ich überhaupt nicht und warst du meinen meine Karmokor wo zum glück wäre ach da bist du oben ich komme gleich ich will nicht mein Motorrad wieder bezahlen ist doch alles wieder scheiße wenn ja mein Motorrad kaputt ist dann muss ich ja bezahlen das ist wieder scheiße egal is kevin bist du jetzt da oder hast du den hättet immer noch nicht So, dann landen wir mal, ja, ja, das habe ich gemerkt gerade. Boah, Junge, das finde ich dann nicht lustig. So. So. Wir machen jetzt eine... Ja, da freut er sich. So. Komm mit. Ich mache erst mal mein... Nein, nein, ich mache erst mal mein Fleisch hier mal. So. So. Wie? Wo willst du denn hin? Komm mit einfach. Okay. Ach du meine Fresse. Fahre einfach. Darauf. Dann kann ich es mal finden. Ist das so eine Rampe oder was? So gesagt schon. Also dann zeigst du mal. Und dann abspringen einfach. Dann gleich. Oh scheiße, das war jetzt ein bisschen behindert. Aber, das ist cool. Bist du. Wer hinter dir. Wo denn? Ach da oben. Da. Alter! Du Arsch! Ich muss diesmal gegen meinen Falscher, weil der kackt dann richtig ab. Ey, ich treff das nicht. Oh, Kevin ist offenbar und vielleicht offenbar. Hey, ich treff dich das nicht! Ey, wo triffst du das? Ich treffe auf deinen Fallschirm, geht aber nicht. Dazu müssen die Bänder da treffen. Aha, jetzt habe ich dich getroffen. Ja, Kevin, bis endlich irgendwie zu spät gekommen. Wir sind gleich fast schon da. Mann! Du sitzt! Ne, sag nicht, du bist tot! Ach, du Scheiße! Nein! Voll aufs Gesicht! Ne, ich will, ich will leben bleiben! Ich bin aufgeregt gekommen, so kommen wir direkt. Nein! Oder warte! Oder warte! Oder warte! Oder warte! Ich bin aufgeregt! Du Arsch! Du Arsch! Ich will Wasser landen! Nicht im Boden! Das Kacke! Du Arsch! Oh! Du Arsch! Du Arsch! Du Arsch! Nein, du hast mich jetzt getroffen! Ja, geil! Ich lebe noch! Das ist geil, der da! Bring mich aber nicht um! Ey! Das ist doch nicht schöne Sache! Nein! Finde ich nicht gut! Das finde ich gar nicht gut! Nein, finde ich nicht gut! Nein, finde ich gar nicht gut! Ey, jetzt hat Kevin einen Helikopter! Oder so! Keine Ahnung! Das interessiert mich überhaupt nicht! Nein! Warum? Was macht Kevin da? Hä? Was will der da oben? Ich dachte, er springt da runter! Kevin! Das ist ganz einfach! Du nimmst was und springst weg! Man hat einen Fallschirm! Und der Fallschirm klappt auch! Wie ein normaler! So Bundeswehr und so ein Scheiß! Ja! Der hat Angst! Wie der da? Ha! Du Arsch! Jetzt kommt der! Hä? Ja! Ja! Wo es geht ab wie motherfucker! Oh! Hier ist ein Polizei-Auto! Hä? Lolle das von dem noch nicht darf! Oder Transporter oder... Ja, das sind diese... Das lustige ist... Das lustige ist, da kann ich eine Seite noch... Ja, komm mal, ich kann das... Ne, warte! Ja! Na, ich weiß, was man zu einer Seite war, ne? Jo, hey, diese Scheiße da! Hä? Wo will die da da nicht hin? Egal, gehe ich nach hinten, bin kriminell! Bin doch, Frau, ne? So! Oh, Kevin! Hey! 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 Ich nehme jetzt Kevin's Geld! Hey, da soll jetzt noch einer! Oh, bleib mal ruhig! Hehehe! So, Einsatz! Wir sammeln jetzt Kevin ein! Oh, ne Headset! Irgendwie! Kevin ist kriminell geworden! Was passiert? Alter! Was soll der... Warte, nein! Ich pack mich schon wieder! Mann, wir wollen doch nur mal spielen! Du Arsch! Egal! Bam! Wir gehen einfach in eine Kirche rein! Sag! Sag ich zu Gott! Hallo! Gott! Ich will! Amen! Na egal! Wir wollen Krieg machen! Boah, du Wichser! Das ist nicht cool! Ist Kevin da drin? Hä? Was ist Kevin? Ja! Kevin, der ist rausgesprungen, weil der steht da jetzt selber nicht! Oh, Kevin! Du bist so komisch! Was ist das für Franzose? Oh! Ja! Ok, das ist ein kleinerer Typ! Aber sogar da ist ein kleinerer Typ! Ja! Ja! Das ist mal der Typ! Ja! Ich muss mal gerade... Was hier läuft! Das ist geil! Ja! Cool! Ja! Ey! Ich kann mal mit rein! Ey! 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 der Standort weil ich kriminell er wird zu erhaben nein ich bin gut geht er wird bringen die nicht um was und da er wird sich kriminell ich bin der Taliban Bruch zurück ich bin der Taliban Endo Endo hab ich gedacht du Talib Hähähähähähäh hat ein Mann vorhin raus da weiss nicht Taliban Adem nein ich bin Wuppi der mit seinen H allen komischerkür....komischer...komischer komischer hallo ja ich bin Wuppi ja voll du Hurenkind da hab ich ihn merricht hey, well aber sind da ja, in sind Havin sucht er oh Kevin, der Kriminein er heute ich werde dich andocken drum hoch jetzt Nasenpupeln Luftgitarre wichsen komm soll ich hinten einsteigen? ok, wir sind Taliban wir sollen hinten einsteigen hey, hinten sollen wir einsteigen du Arsch ja klasse der hat noch zwei Sterne läuft bei mir ich hab mit zwei Sterne oh, läuft bei dir ja, ich hab doch den Chip und den Chip abgeknallt ach so ja, tschüss 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 Kurt vor einiger Kollege tschüss 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 so tschüss der jahre der Mal als das kommt taliban die ersten und scheiß alter wie sehr die hier ist wie sind taliban mann 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 fahr da hoch nicht runter da hoch nicht jähmann fahrrad ob es nur ein kollegen auch um klasse gibt es hier noch mehr Kollegen ja geil jetzt geht es hier noch die Party ab hier geht die Party ab die Party geht ab wie ist die Party? Party geil Party geil sag ich nur was ist dieser Tim Jem oder wie der Behinderter ist das ist ein guter Name ja kann ich nicht aussprechen der ist zu behindert hat einen komischen Namen und der will mich in den Headshot geben irgendwie ja was sag ich denn Reifen hat er platt gemacht ach Kevin fahren kannst du auch noch ja ich bin Kurs ja fahr mal weg gehen wir weg genau ich rette meinen Taliban Freund halalalalalalalalala ne ich bin kein Bullenauto ich will das da was macht der Kevin da ja weil wir waren mit dem Weg ha 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 warte ich helfe dir ich helfe dir was will ich zurück nach einem ah fuck jetzt habe ich dich nicht geholfen ich bin kein Bullenauto ich bin kein Bullenauto ich bin ein Talibahn Mann und Talibahn sind geäußert Lass mich doch in der Ruhe Guck mal die beiden Tropfen, Junge Hallo Sag mal Oh, Junge, Junge ich war jetzt auf der Brücke Leute, ich bin zurück Ja, warte, ich komme, ich komme Warte, ich komme Ach, ich komme hier nicht durch Ach, so gleich Die fährt zum Polizeiauf und wollte diese Straße hier oben Aber auf einmal kippt es um Warte, ich komme Talibahn angriff Yeah Ja, Talibahn wird angegriffen Wettert ein Gruppe, doch Steine ein Wetter Nee, lass doch, geh fahrt doch Ich hab gleich weniger Leben Beweite verspitten lassen Ach, 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 ach Scheiße, mal wie viel da wird Ach, du Scheiße, ich kann da nicht mal hochfahren Dann fahr ich da hoch Ach, nee, Junge Ach, ach, Böckern Bleibhorst 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 Ich fahrradwärth Ich fahrradwärth Fahrwärth Ich kann nicht fahren er hat und nicht machen ich sei es Prozent und wohl waren 9 schweißen werden kommen dort ich bin Teil war das nicht in Ruhe Ja Kevin, mach style, oi, oh, wollen eine Party, geil, und jetzt tschüss, 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 wii, warte, warte, nein, 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 hey, warte mich nicht ab, Kollege. Nein, lass mich in Ruhe, ja, oh, ein ganzes Auto, nein, nee, fick dich, Tollivan, hö, ich hab' ich können, umgebracht, nein, ich dachte schon, ja, was soll das denn, haha, ich konnte nicht machen, die mir mal reingeschossen, noch einmal lenkt, das ist aber schon das Wasser, den konnte ich nicht dafür, ja, scheiße, 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 Oh, kommst du noch wieder, Nasi? Die Ablenkung, was, was stand da gerade? Oh, klasse, vielen Dank für deine Hilfe jetzt, ja. Ja, viel Spaß, das ist die Nasi, wo wir denn, das macht mir doch eh keiner. Und der verschießt sich denn hier ab? Wie wollen? OLTER! Alter, scheiße! Strömung ist geil, ne? Ja, die Strömung ist voll geil. Ich kann auch gegenschwimmen. Nein! Headshot! Was? Kann ich, ich kann auch was sagen. Was? Kann das? Brenn dir, Schweine, brenn! Mahlzeit! Ich will doch hin, woher? Komm ja, komm ja mit der Scheiße, jetzt halt ja. Ah scheiße, Mann! Voll daneben! hey kommst hey wie bist du da oben gekommen nicht da unten du bist oben guck dir mal mal einen spektakulären sprung an ins wasser ok warte ja ich sehe es ja ich bin kurz an die Mütze mit einem kranksten ich brauch die Aretten ja hol dir mal die Aretten mein Headtritt ist noch leer du Armer jetzt gibt es Headshots bis jetzt in der Tanke alles klar das ist noch da zack Kopfschuss du Arsch warum hast du mich umgebracht sag dir bestimmt das ist ein kleines Motto hey hör auf zu schießen ich hab den geboten aber immer da und aber aber war ich habe nur ein Tor da der bringt mich einfach um Prozent z.B. ab dem Buch okay denkt man nach warum habe ich wenig erleben darum kann ja auch sterben und nicht mal wie ins Wasser auch so mal ja und ein Prozent verheiratet Nein, lass mich doch in Ruhe! Lass mich doch in Ruhe! Ha, ihr trifft mich nicht! Ich bin Murat! Ha, ihr trifft mich nicht! Ne, nicht stopp! Ich schwimme! Scheiße! Verdammt! Halt die Fresse, du Hohen! Wie bitte? Ja, dann labert schon wieder ein, oh Kevin! Der Hohel-Tiretten und da kommt so ein Wichser und bringt ihn nun! Oh, dass ich wie ihn so... Taliban, wir bleiben Taliban, die machen mal Lockerkeiten, man! Bis kein Taliban, Taliban muss ein Kleidung haben! Das war nur eine Mütze davon! Oh, Kevin macht! Ich bin der Moderna-Taliban, ja? Du schießt bei mir ein, ja, ja! Ich hab' den! Ich hab' den! Ich mach' den! Ich mach' den! Ich hab' den! Dann steht ein Auto! Ich hab' kein Auto! Dahinten steht ein Auto! Arsch, ey! Der trifft mich noch! Der unten? Ja, der, der unten! Guck mal, der rennt schon weg! Wieso keiner Nicke? Der unten? Der unten? Der... Er... Boom! Sag mal! Ich hab' T4! T4 kann ich einsetzen, guck! Boom! nur in meinen Kopf vorab der Graus geht ab auch scheiße er hat er ja ich habe ein Wasser geschafft hol die Fresse in den Schlang weiter Taliban, Taliban Scheiße, er verfolgt mich schon Taliban, Taliban Ah, tschüss Wixer Kannst du den Camel umbringen Ich bin der Taliban Und bin der schön Ja, wenn ihr das Video gefällt, einfach mal auf Like, Daumen hoch oder wenn ihr das nicht gefällt, Daumen runter Und wir flüchten jetzt gerade in die Welt mit dem Taliban-Motorrad Ne, lass mal, sag mal Und was mache ich? Nein, nein, nicht da hoch! Yeah, Taliban Taliban Nein, was machst du da? Oh mein Gott Was, bin ich jetzt zu Rücke oder was? Nein Hä, warum? Ja, fahr mal da hoch Ja, fahr mal da hoch Ja, Junge, ich sag doch, fahr Ja, fahr mal da hoch Ja, tschüss Ja, tschüss Nein, nicht, nicht bei mir Sondern bei dir Ne, ich warte auf dem Zug Ich hab Angst Und dann mach ich so Peng Und dann ist das tot Ey, der verfolgt uns, ne? Ja Dieser Taliban da Lass uns in Ruhe, wo Wichser Ja, ich hab gar nichts gemacht Ich warte auf dem Zug und dann bleib ich da Ich will jetzt kein Headshot kriegen oder so Ja, verstecke ich mich hier Ja, ich hab immer irgendwie Kein Bock, dass der mir einen Headshot gibt Ey, der macht einen Headshot, klarer Fall Wo ist ein Zug? Ich will mich da verstecken Ich sag dir, wenn der ein Zug kommt Kann sein, dass ich tot bin oder so Ja, warte Warte, ich such den jetzt Ah, ja Das ist ja nicht, wenn es geht Warte, ich stelle mich da an, an der, an der, im Tunnel Dann guck ich Ah, jetzt hab ich nie eine Weste Ja Ja, ich sehe ihn gar nicht Der, der, der am Wasser? Mehr ist nicht Ey, kommt hier kein Zugkragen Oh, ein Sieg Leute, ey, finde ich nicht cool Das finde ich nicht cool Der wartet nur, bis der an so einig bestimmt die Stelle, in der man mit und weg neiten kann Ja? Und das weg, los ist unsere Schaum Ja, ey, ich weiß nicht, was der macht Er will, er will mich snipen, er will mich snipen Warte mal Ich rufe jetzt die Polizei an Ey, ich rufe die Polizei an, das geht überhaupt nicht Einfach uns, uns drohen Jetzt guck ich, guck ich, guck ich an Juuu Hello, this is 911, what emergency service do you require? Polizei Thank you Police officers are on route to your current location Neaa Was will ich von uns? Nein, kein Taxi, Mann Ich rufe jetzt quasi Ja, Kollege, wo Oh, er ist ein Zug, man Kommt hier kein Zug, oder so? Ich rufe auch die Polizei, ne? Nee, er rufe auch die Polizei, ne? Nee, er rufe auch die Polizei, so Ja, hier ist Polizei Ja, hier ist Polizei Da Meine Feuerwehr, die ich gerufen hab Bei der Feuerwehr, die ich gerufen hab Polizei weg Ja, da ist weg, ja, ja Lustig ist jetzt, ich rufe jetzt wo ich dachte er kommt jetzt hoch jetzt habe ich den Anruf nicht gemacht so wie heißt denn nochmal ach das ist ein Level 10 Typ der Typ ist lebendig hey, dann kann der uns ja gar nicht wegschneiden doch er kann jetzt diese eine da holen, die ist eine Präzisionsgewährte, die ist eine da ja ja aha und gleich 3 2 hm hm der Robert hat dich ge du hast geschickt hast aber voll er hat für kein Geld nein ich wollte den ich dachte der 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 3 2 1 3 4 4 5 Nein, warum kommt hier kein Zug? Hier kommt kein Zug. Hast du das auch gemerkt, irgendwie? Ich sehe den nicht, wo ist der? Komm, wir fahren weg. Wird das zu doof? Hier wird das... Lava! Oh! Ich habe einen Schuss gegen meinen Motorrad bekommen und dann habe ich ihn auch auch abgekriegt. Ich schieße es gerne hin. Ah, ich weiß, wo der ist! Da ist der Wichser! Was war der? Der war hinterm Busch? Ich weiß, wo der Wunsch, ey! Loll! Ach ne, das ist ja Kevin! Scheiß hier! Ich dachte, das ist... Ach, Junge! Ah, jetzt kommt der Zug! Ja, der kommt, der Zug! Ja, ich frage... Nein! Hahaha, du... Nein! Scheiße! Ich bin drauf! Ah, scheiße! Soll ich die Abstimmung mit auf 4... auf den nächsten Zug warten? Ja, ich komme da nicht mal hoch! Ach, doch! Verdammt! Das fällt nicht, Mann! Ich habe Freuensprung gemacht! Nee, der Land mit mir darum! Sag mal! Willst du mich noch ehren? Mist, der! Ja! Ich habe Freuensprung gemacht! Sag mal, jetzt... Jetzt müssen wir wieder eine halbe Stunde warten! Freuensprünge! Wie ist der Lappener? Der Lappener sich drin ist! Echt? Wer noch? Der Nuke! Der Lappen! Ja, geil! Jetzt haben wir eine doppelte Packung! Guck mal, hier noch mehr Let's Play! Was ist denn hier? Ah! Ich gehe jetzt hoch! Mach so ein auf Battlefield! Oh, Battlefield aber nicht mal mit so'n so'n Messer, ne? So geil! So geil! Junge, ganz ehrlich! Ich finde ihn jetzt gerade nicht lustig! Kommt mir nicht hoch! Ich such gerade, wo der ist! Ich such dir jetzt nur, wo ist der? Du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst! Wir gehen auf den Lappen, du meinst, 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 du meinst? Da ist dann gerade ein Stück vorbei! Der ist dann gerade ein Stück vorbei, das ist doch geil! Der ist dann gleich einmal live-duel und dann gehe ich mit der Pertole! Wisst ihr! Den Heddyge geben! Ja, komm, hier kommt ein Zug Echt jetzt? Ja Ach komm, jetzt kommt fast ich den Zug Ich renne ihn wieder her Du musst dir jetzt mal angucken, wie ich hier runter renne Warte Ich hab dich gepackt Scheiße 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 Okay 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 Nice pass Nice pass You fucking go So, wo ist der jetzt? Unser Nuke Ey, mein Arsch nicht War ja nicht frech War ja nicht frech Will ihr mich jetzt verarschen? Junge, du bist Level 10 Level 10 Und du Du Levels Boah, du Lappen, du 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 bist so behindert, ne? Du killst Du killst ein 160er, ne? Ein 160er Da hab ich besser Respekt So Aber jetzt mach ich keine freuhe Sprünge Nicht aber Ja Spass Oh, Junge Oh, Junge Ich glaub auch nicht mal, dass du gestorben bist Ich glaub auch nicht mal, dass du gestorben bist Eltenkampfhelikopter Diesen richtigen Kampfhelikopter Ja Ja, Nuke Scheiß Scheiß Junge Haha Ah, geil Ah, mein Kollege hier Mein Taliban-Kollege Komm her Ach, du bist da oben noch Oh, Schatte, warte Ich spring da rein Ja, ich spring da rein Komm Mein Taliban-Kollege Sag mal auch was Ich nehm hier das alles auf Warte Scheiß, ich hab mir auch gedacht Spring rein, spring rein Will da nicht, warte hier Okay Ah, nein, bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht, Alter So, jetzt ficken wir den in den Arsch, Alter Das kann doch nicht mal sein Level 10er Leute Äh, was macht der da? Ah, du wilde Sau Och, Mann Matthi Matthios Motorier-Sau Ne, sondern Er heißt Nuke Sag mal auch was, du Hund Nein Nein Guck mal, der, der ist ein frecher Hund Sondern er ist Nuke Der Nuke Sehr kriminell Und hat sehr viele Freunde Die ich nicht kenne Oh, da hat er noch den Panzer noch Yeah, der Panzer Dale Nuke Sag mal auch mal was Okay, er will nix Äh, du wilde Arsch Du bist ein Arsch Du sollst Respekt geben Du sollst Respekt geben Ja, ich schließe da immer einen Platten rein, dass ich was gewissen darf Dann zieht er immer weg Er ist ja nicht mehr frech Er ist ja nicht mehr frech Äh, mal Zeit Ach, der Nuke will nicht mit mir reden Und Schwab, hier GTA Special Nummer 2 Ja, wie geil Nein, nicht ins Wasser, da waren wir schon gerade Öfters Mit der Polizei Er will ins Wasser Junge Wir sind nicht im Badepreis Was sag ich denn? Mann, 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 Mann Ich ärgere mich jetzt öfters Ich hab ne Panzerfaust, lass mich in Ruhe Panzerfaust Mann, 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 Mann Ja, jetzt ist Taliwam wieder dabei. Alles auf YouTube. So. Fickt euch. Wir nehmen das Bomben, mein Auto. Ja, komm. Fuck. Lasst euch chillen. Oh shit. Oh, Leute. Es ist noch 690 Meter. Wir schaffen das. Warum das hier ist, weiß ich auch nicht. Aber wir schaffen das. Bam. Und wir sind... Scheiße. Ach, fick dich. Ach, fick dich. Ja. Tschüss. Wir haben Ihre Unternehmung. Wir haben Sie zu verabschieden. Wir haben Ihre Konsequenzen. Ja, ich kann die Pagasen. Sie sind Sie wieder auf den Konsequenzen. Ich kann die Pagasen. Das ist ein ganz normaler Fahrzeug. Häh. Komm. Ja, dann mein Fahrzeug! Entschuldigen Sie, dass Ihr Fahrzeug nicht eines gegen den Streitkopf ist. Oh, Halki, fresse! Oh, Halki, fresse! Oh, die werden hier gefickt gerade von hinten. Nein, scheiße, ich bin auch tot. Oh, du fährst weiter. Ja, das sei ja erstmal. Den Park mache ich hier zum Abschließung. Schließt das jetzt hier. Und guck mal an den nächsten paar. Vielleicht. Ja, hau mich denn nicht besser. Ich hab's verdient. Ja, bis zum nächsten Mal für GTA 5. Ja, andere Seite. Andersrum. Lass dich drehen. Und den nächsten Part für GTA übern... äh Quatsch. Egal! Ich bin weg! Es bin weg. Vielen Dank.